Kennen Sie dieses Zitat? Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Wir finden, das passt gut zu unserem Spezialgebiet, der Vakuumkühlung von Backwaren. Diese Idee ist nicht wirklich neu. Sie wird schon seit Jahrzehnten in den kreativen Köpfen von Ingenieuren auf der ganzen Welt gedacht. Aber sie ist nun dank neuester Verfahrenstechnologie am Markt. Mit riesigem Erfolg. Zum ersten Mal seit langer Zeit steht damit das Backhandwerk vor einem neuen Durchbruch in Sachen Produktivität und Qualität. Deutlich verkürzter Backprozess. Weniger Platzbedarf in der Bäckerei. Mehr Output pro Tag. Bessere Produkte mit mehr Volumen. Längere Haltbarkeit. Für Sie als Hersteller von Backwaren bedeutet das vor allem eines. Höheren Gewinn. Bitte verzeihen Sie, wir Schweizer sind ja eigentlich eher etwas zurückhaltend. Doch bei diesem Thema fällt es uns einfach schwer, unsere Begeisterung zu bremsen. Dass wir bei Ersten Foods mit unserem Know-how die Nummer 1 im Feld der Vakuumkühlung von Backwaren sind, beweisen wir Ihnen gerne mit Ihren ganz individuellen ersten Foods-Baking-Days in unserem Backing-Center. Gemeinsam mit Ihrem Team finden unsere erfahrenen Bäcker und Ingenieure dabei den für Sie und Ihre Produkte idealen Prozess, definieren die richtigen Parameter für alle Verarbeitungsschritte und vergleichen die Ergebnisse von konventioneller Herstellung und Vakuumkühlung miteinander. Nach zwei Tagen haben wir die Lösung für Ihre Herausforderung. Mit den ersten Foods-Baking-Days zeigen wir Ihnen Ihren individuellen Weg in die Zukunft des Backens mit Vakuumkühlung auf. Reservieren Sie jetzt Ihren Termin in unserem professionell eingerichteten Baking-Center im Zug und sichern Sie sich Ihren Vorsprung auf dem Backmarkt.